ja hallo schön dass du wieder rein gestaltet hast und heute sind wir mal in Aschaffenburg und zwar gibt es in einer stadt in unterfranken ein leeren stehendes wahnbetriebswerk diesmal hatte ich nur von außen leider ein paar aufnahmen machen können weil ich versuche immer los places mit einer genehmigung zu betreten das gelände gehört aber der deutschen bahn da ist wirklich verdammt schwer eine genehmigung zu bekommen also ich hatte auch mehrere anfragen gestartet und hat leider bis heute nicht geklappt was ich eigentlich schade finde also musste ich mit meinem teleobjektiv auf die pierce gehen und dementsprechend konnte ich natürlich nur ein paar aufnahmen da ich das gelände nicht betreten konnte gibt es dazu auch keinerlei infos das einzige was ich euch sagen kann ist das 1893 erbaut worden ist und nur 1988 wurde der betrieb wieder eingestellt wenn ihr euch für die geschichte des wahnhofs interessiert oder des wahnbetriebs geländes dann habe ich euch unten was verlinkt wer auf bahngeschichte.de und dann habe ich euch noch ein youtube-video verlinkt von meinem youtuber der ab dem gelände war dann war ein sehr kurzes video hoffe es hat euch mal gefallen wieder mal und sehen wir uns eventuell vielleicht wieder beim nächsten video und tschüssi